Christina und ich spazieren hier gerade am Wasserschlösschen in Freiburg entlang und haben diesen wunderschönen Ausblick auf Freiburg. Freiburg ist gerade in Deutschland bekannt als nachhaltige Stadt, aber der Ruf eilt auch weltweit voraus. Und wie das Thema für die Veranstaltungsbranche eine sehr wichtige Rolle spielt, besprechen wir am besten jetzt gleich. Freiburg strahlt uns ja schon hier förmlich von hinten an wunderschön. Und Freiburg steht ja für Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit und das in der perfekten Symbiose. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was das für die Veranstaltungsbranche bedeutet. Erstmal herzlich willkommen hier in Freiburg, hier im Dreiländereck im Herzen Europas. Wir hier in Freiburg stehen für Kooperation und Innovation mit unseren Partnern. Wir freuen uns immer hier alle aus dem Veranstaltungswesen willkommen zu heißen, weil wir wirklich viel bieten können. Ihr werdet heute die Branchen hier in Freiburg kennenlernen. Denn wie wir vom German Convention Büro gelernt haben, 83% der Veranstalter entscheiden sich für die Destination passend zu ihrer Branche. Und wir freuen uns auf euch. Seid gespannt, was wir für euch vorbereitet haben.